Mal, das war nett, mit euch gekämpft zu haben, ne? Ja. Mal, wieder klar noch ein Flugzeug. Das ist echt abnormal. Oh, Herr Farr. Ja, Frau Farr. Weiß nicht Frau Farr, noch nicht. Ich hab meinen Namen behalten. Alter, wir hatten das hier geplündert. Ich nicht. Alter, der ganze... Tränke-Kühlschrank ist leer, das ist nur richtiges Bier? Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Warum ist denn hier nur Bier? Dann wäre das andere wohl... Alter, das gibt's ja nicht. Hat dein Neffe Durst gehabt? Das macht ja nichts, aber Andres, du warst zu Hause. Warum fühlst du dir nicht nach? Was ich, dass der leer gemacht worden ist? Gehst du da nicht jeden Tag dran vorbei, eine Million... Ist ja auch egal. Mal gucken auch jeden Tag nach. Ja, das ist ja auch hier im Büro. Ist ja auf meinem Schreibtisch, der Kühlschrank. Aha. Ja. Ja. Da können wir nachgucken, haben wir so einen Außenklein. Ah, nee, Kühlschrank brauche ich nicht. Das ist so ein schmaler, nur. Das ist ein ganz schmaler, muss man nachgucken. Vom Klarstein. Aber so weg vom PC zu Küche, das sind höchstens fünf Schritte nur. Macht ja nichts. Das macht nichts, das ist super. Aber es geht nur, weil unser Normaler in der Küche, wenn der voll ist, ist der voll. Dann passen nicht so viele Getränke rein. Voll bin ich aber noch nicht. Nein, muss man ja auch selber wissen, ob man das machen möchte. Ich finde es eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich finde das praktisch. Ich habe aber was Geistes gesehen heute bei Amazon oder der Prime-Serien. Ja. Wunderschöne SSD-Festplatte, 250 GB ist es, glaube ich, für 30 Euro. Oh, das ist gut. Das ist ein guter Kurs. Ich wollte mir gerne noch meinen SSD jetzt holen, aber etwas größere, aber wie gesagt, fast 250 für 30 Euro, kann man ja nicht meckern. Eigentlich nicht. Da bin ich am überlegen. Ja gut, bis morgen habe ich ja noch Zeit. Bis morgen Abend. Oh, zu meinem Schwager, wir haben keinen Prime. Wollte Andreas nicht. Dafür, ich was finde, rufe ich sofort meinen Schwager an. Oh, der hat da kein Problem mit. Ja, ich bin eigentlich auch nur Prime-Kunde bei Amazon, weil ich auch gerne Filme anschaue. Und Amazon hat ja mit drin eine Prime. Die meisten, ja. Also viele, nicht die meisten, aber viele. Okay. Ich schaue mir, besonders wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder auf dem Rückweg, auf dem Handy runtergeladen, kann ich mir das unterwegs anschauen. Ich schaue mir so ein Video, also einen Film an. Finde ich halt so gar nicht mal verkehrt. Weil so Musikhören unterwegs, mache ich nicht mehr so. Wie früher. Ja, es gibt ja auch kaum noch unsere Musik. Ach, Andreas, das braucht doch keinen Moment. Sie laufen unter Schlager. Und das höre ich nur, wenn ich betrunken bin. Körperverletzung ist. Körperverletzung. Nein. Ohrenverwaltung. Der Rest, wenn du deiner Frau was Gutes tun willst, kaufe mir mal diese Ohrstöpsis. Nein. Einzelnen Ohrstöpsis. Die nehme ich, die nehme ich gerne. Kannst du gleich morgen machen, sonst freue ich mich. Aber auch ein geiles Angebot heute gesehen. Und leider ist das Geld gerade für dich nicht. Das neue Samsung Galaxy S sehen, ne? Auch war immer so ein Prime, der ist ja mit drinne. Für unter 500 Euro. Ich fahre rechts, Petra. Ich fahre rechts, Petra. Ich fahre rechts, Petra. Wenn man bedenkt, ich habe für meinen, dass S8 zu Weihnachten auf dem Black Friday 500 bezahlt. Und das ganz neue kostet unter 500 Euro. Dann lädt mich der Marsch, sag ich nur. Ja, das ist natürlich... Oh, hätte ich das Geld gehabt jetzt oder hätte ich auch bestellt. Aber da warten jetzt mal bis zu Weihnachten. Aber ich habe auch, du hast keinen Vertrag, ne? Ging auch, ich habe keinen Vertrag. Ja, siehste. Und ich habe keinen Vertrag damals. Ne, was heißt damals? Immer schon. Vielleicht nur das 9er mal geholt. Aber, ach mein Gott. Ich bin nicht so Handy-verrückt. Ich habe auch früher Vertrag gehabt. Aber ich habe mich auch für dumm und dämlich bezahlt. Für Sachen, die ich nie benutzt habe. In dem Sinne. Da habe ich mal ein bisschen nachgerechnet. Prepaid. Das ist wie bei mir. Ich habe 5 GB Internet. Flatrate in jedes deutschen Netz. Auch egal, Handy oder Festnetz. SMS. Puh. Da schreibe ich total noch SMS. Ja, also. Und das für 25 Euro monatlich. Okay, ne? Ja, das für Vertrag müsste ich auch fast das Doppelt bezahlen. Das ist für mich so. Da rechne ich echt erstmal komplett alles durch. Ob das für mich lohnt oder nicht. Und Vertrag lohnt sich für mich gerade überhaupt nicht mehr. Bezahlbar bleiben wir da, wenn wir ehrlich sind, ne? Sie bitte. Das muss auch alles bezahlbar sein. Ja, ja, das sowieso. Oh, Andreas. Warum machst du das? Ich kann mit dem Schiff keine Breitseite zeigen. Dann kriege ich gleich eine Zitadelle. Ja, von allen Seiten kann man hier Breitseite zeigen, weil sie überall sind. Warum ist das so weit vorgefahren? Weil ich den Kurfürst haben wollte. Da schieße ich schon die ganze Zeit drauf. Ich auch. Der hat von mir schon ein paar ordentliche Mommens bekommen. Oh, der ist doch jetzt tot. Er ist jetzt weg. Huff. Naja, der macht nicht mehr. Oh, schade. Oh, Andi! Oh, scheiße. Wir müssen B einnehmen oder A. Wir müssen runterfahren. Also die Schimakase macht er ja nichts. Komm, Leute. Wir fahren nach B runter. Bestanden. Was macht unsere Zerstörer? Wir haben Kartenrand. Die Schimakase und die Kakira. Oh, voll jung. Ah, hinten wo wir es auf werden. Ja, gut gemacht, Petra. Gut gemacht. Ohne Scheiß jetzt. Weil es negativ gemeint ist. Ich kenne euch. Ich würde schon gewisse Scheiße von euch anhören. Nein, nein, das war echt gut jetzt. Achtung! Meldet Zielposition! Ach, da kommt's schon wieder. Geiße. Hopp! Bei dem sehe ich nicht, ob da wer drin ist. Jetzt fahre ich dann wieder rein, bin ich wieder zusammengeschossen. Ja, ich komme da mit, ich komme da mit. Ich drehe auch schon um. Wir fahren mit rein. Wenn ich vom Berg wegkomme. Ich habe mich nicht mehr am Berg weggefahren. Äh, festgefahren. Oh, Alter, hier schießt ja alles aus. Oh, ich habe gleich die Zitadelle gekriegt. Gleich doch. Wenn da nicht reinfahren, das geht nicht. Da ist eine Republik da vorne, die... Ich komme hier nicht mehr weg, ich habe mich so festgefahren. Oh, Alter, Scheißinsel. Komm, fahr rückwärts, Baby. Fahr rückwärts. Die Moskwa, die steht da nicht. Der hat mich festgefahren. Ich komme hier nicht mehr weg. Hilfe. Siebenmal getroffen. Siebenmal. Hier muss eine kleine sein. Es kommen Torpedos auf mich zu. Da ist eine Schima, ne? Geiße. Ich habe mich gerade verfehlt. Geiße, der ist hier irgendwo. Da ist er. Geiße. Angi, ramme mich mal. Ich habe mich hier festgefahren. Ich wollte ihn rammeln. Wie kann man sich so festfahren? Wie weiß ich nicht. Ich habe rückwärts, ich komme hier nicht mehr weg. Ich habe rückwärts, ich komme hier nicht mehr weg. Das ist alles, was ich machen kann. Es wäre eine Antennerie. Oh, ich werde hier zusammengeschossen. Ramme mich, Alter. Errammel ihn da jetzt, verdammte Hacke. Das auch noch machen? Das eine, was ich versuchen könnte, die Konk war der... ...und ein bisschen zu den Ehrgang. Oh, die fährt nicht, oder? Steht die da? Ne, die steht. Ich werde ganz leicht davon, alles klar. Ich komme hier nicht weg. Hilfe! Medi! 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 Ich bin so leicht, die Sirius hier. Na gut. Warte, ich will keiner, siehst du ja. Aber warte mal, die zieht... Die, 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 der könnte... Hilfe, Hilfe! Oh, ich fahr der Yamato noch vor die Kiste. Das geliegt auch nicht. Ah, guck mal, der, die, die, der hilft mir. Weiße! Hat er dich gerammt? Der will mich rammen, yes. Okay, gut. Okay, drauf. Oh, oh, oh. Ach, Torpedo, es ist mir doch scheißegal. Ah, okay, der, der versteht mich aber. Das ist gut. Ja. Da mann versteht. Scheiße, der Konkur dreht ein. Gar nichts gelöst. Siehst doch nicht auf. Ach, das, das, den Kossacks noch. Ach, du Scheiße. Siehst jemand auf mich? Ich wundere mich, warum ich ja von hinten mal was kriege hier. Ich komm, ich komm, oder doch nicht. Scheiße, wohl sag ich, jetzt komm ich raus. Mann, sterb doch. Lass dir noch nicht mal diese Sau. Ich bin stehen geblieben. Warum hab ich denn auf Stop gedrückt? Nein, fahr doch, Schiffchen. Ja, okay. Ich kann nur mal was über Nebel für mich, dass ich eingedeckt bin. Ja, ich glaub, ich komm raus. Ich komm raus. Ja, ich bin frei. Ich bin frei. Danke. Ich bin frei. Oh, ich hab'n Berg gerammelt. Oh, was schön ist, ne? Du Rammlerin. Aber, wie verrückt. Ähm, ja. Der Publik, du die Scheiße. 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 Der Kleine hat mich gerettet. Ich bedanke mich. Hat er gut gemacht. Den rufe ich gleich mal. Bin dann mal so richtig tot, ne? Warst du wieder? Ja, das ist mein Job. Oh, okay. Weitermachen. Das ist mein Job. Wir haben den Schwarm zu spielen. Man macht den Kleinen, kann ich hier schon mal loben. Gut gemacht. Ich gehe gut. Konzentrier dich. Okay, Musashi ist auch weg. Nicht, wie wir in den Berg fahren. Ich bin auch weg. Nein. Oh, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Du. Noch führen wir. Passt, wir zählen jetzt auf dich. Alles klar. Ja, jetzt wirklich. Ich hab' der Pultjäger in der Luft. Wenn nichts weiter mehr von mir wollte, dann mach ich das mal, ne? Zeig uns mal, wo der Frosch die Locken hat. 3.800 Uhr, leck mich doch immer. Du Pildos. Ach, du Kacke. Da ist der Kleine drin. Warum sagt ihr es mir jetzt erst? Das hab ich vorhin schon gesagt, dass da eine Schiene noch drin ist. Und die andauernd auf mich geschossen hat. Mach mal einen schlanken Fußkasten. Ja, mach ich. Einer? Drei? Ach, mehr krieg ich nicht. Geht's, ne? So, weg bist du. Jetzt. Moskau weg. Ja, wunderbar. So, jetzt die Republik. Zack, zack. Na, die sind am Berg. Na, die schaffst du. So. Auf. Ja, mein Echo-Loot ist leider verbraucht. Ich muss noch... ...n paar Sekunden warten. Wo ist die langgefahren, die Shima? Die ist dann doch, wenn wir kreieren können. Ja, natürlich ist die drin, aber wir sind nicht zu lang. Jetzt, warte, jetzt siehst du sie gleich. Oder? Ne, 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 ne. Da hat doch einer sein Radar angemacht. Das ist kein Radar. Doch, doch, doch. Das war Radar. Da ist sie. Wo? Ach, da. Ne, das dauert schon mal ein bisschen länger. Weil ich nur breiter... Äh, vor ihnen stehe direkt. Ich dreh jetzt mal mit dem Schiff hier hin um. So, jetzt ballern die. Siehst du das? Oh, jetzt. Ja, das ist halt schon. Ersten, Vorsicht, die Republik, ne? Ach. Kommt da um die Ecke und fahr dich nicht fest. Scheiße. Shima ist wie so unsichtbar. Oh, guck mal, jetzt schießt die Republik ab. Ja, aber dein E-Van. Der Shima hat sich festgebrochen. Da ist der Flugzeugträger. Shima brennt. Ne, Ausfälle. Das wird's nicht. Wollen wir gleich das Echo-Lock reinmachen? Shima ist tot, Shima ist tot. Wunderbar, wunderbar. Republik, wo das... Oh, sieben entfernt die Republik. Den Träger. Das kann ein guter Treffer werden. Arsten, im Volltreffer will ich jetzt sehen. Ne, die wird scheiße, die wird scheiße. Doch, du machst das. Aber sie brennt. Letztes, Volltreffer und Weg-Up. Gut gemacht. Ne, blöder Winkel. Blöder Winkel. Der guckt doch, war doch gut. Naja. Aber jetzt nochmal. Der ladt noch nach. Warum ist das denn der Batterie? Die ballern hier schon. Keine Freizeit, keine... Nein, ich seh schon. Oh, jetzt hat er nicht aus Form genommen, der Träger. Nein, nein, der kickt mich nicht, der kickt mich nicht. Da kommen schon Torpedos, ne? Ach, die gehen alle aus. Feuer. Ja, das hören wir. Oh Gott, die zwei Stück. Dann lach ich doch. Du bist echt sehr positiv, ne? Na, der ist das mal weg. Die ist sehr gut. Du setzt doch mal auf den großen Kameraden. Na, Kampf. Weiße. Torpedo trifft dich. Von links. Keine Angst, passiert nichts. Oh, jetzt ist Breitseite. Jetzt aber gleich versenken. Oh, so. Kannst du besser. Na, kann ich auch. Oh. Soll du ein bisschen anfeuern. Man muss die Leute ein bisschen anfeuern. Oder beschimpfen. Ja, genau, beschimpfen. Da bin ich motivierter. Komm. Mach mich fertig. Beleidige mich. Ah, will er dich oder will er dich nicht? Nein, krieg mich nicht. Nehmt den kleinen. Ja, schade. Ah, gut. Gehabt. Oh, zwei. Oh, zwei Ausleitung. Okay, das gefällt mir. Naja, okay. Mittelfeld noch. Okay. Weil er nicht mein Fehler, dass ich festgefahren habe. Es tut mir auch furchtbar leid. Aber den kleinen habe ich noch gelobt, weil er mich geholfen hat. Geholfen hat.